Hi Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wollt euch nicht, dass ich so leise spreche, denn gerade ist der Cookie wach. Hier seht ihr ihn, er putzt sich ein bisschen und futtert seine Bunker. Genau. Also ich wollte euch mein Gehege zeigen, das Hamstergehege. Genau. Also, fangen wir an. Genau, hier ist eine Anhöhe, wo das Sandbad einfach draufsteht. Und ja. Dann füllt so eine Leiter nach unten, übrigens ist unser kleiner Freund gerade hier. Und trinkt aus dem Wassernapp. Dann ist hier auch noch ein Futternapp. ein Röhrer aus Holz. Und hier ist auch noch eine Röhre aus Holz. Eine zweite mit vielen Löchern drin. Und unser Hamster sieht hier gerade richtig aus. Ja, aber wir fassen auch nicht so ins Gehege, weil die beiden sich ja noch eingewöhnen müssen. Hier wird das Sandbad aber auch ein bisschen genutzt. Und hier ist so eine Kokosnussschale noch. Genau. Dann hier so eine, so ein Tunnel aus Holz. Dann führt deine Weidenbrücke wieder hoch zu dem zweiten Wassernapp. Und in diesem Häuschen schlafen die beiden die ganze Zeit. Und hier ist das Laufrad. Da haben sie sich auch schon so einen kleinen Tunnel gegraben. Und... Und... ... ... ... Untertitelung. BR 2018